Hallo zusammen! Heute will ich mit euch mal nachschauen, ob ihr eine Geschichte gefunden habt in eurer Kinderwibel. Ich habe wieder diese hier, wo es darum geht, dass Menschen gefangen waren, dass sie sich nicht so frei bewegen konnten. Und ich habe jetzt von niemandem eine schriftliche Antwort bekommen, aber ich habe gesehen, dass einige sich das Video angeschaut haben und ich glaube, es haben auch einige nachgeschaut in ihrer Bibel. Ich kann mir da vorstellen, dass manche ganz am Anfang von der Bibel gleich auf die Arche Noah gestoßen sind. Da waren die Leute auch eingesperrt, konnten so viele Wochen und Monate nirgends hin als auf dem Schiff sein. Das können manche jetzt nachvollziehen, die auf Schiffen bleiben mussten, weil sie in Quarantäne waren. Dem Noah ging das damals mit seiner Familie auch so und all den Tieren, dass sie nicht einfach mal aufmachen konnten und rausgehen. Und andere von euch sind vielleicht auf Josef gestoßen. Der Josef, der ein Gefangener in Ägypten gewesen ist, der dann aber dem Pharao dienen durfte und ganz viele tolle Ideen hatte. Oder wieder andere sind vielleicht auf Jesus selber gekommen, der auch ein Gefangener war und eingesperrt, bis er verurteilt wurde. Oder auf den Johannes, der im Gefängnis saß, weil er an Jesus geglaubt hat, weil er von ihm erzählt hat. Genauso wie der Paulus, von dem wir vorige Woche mal kurz was gehört haben, der den Onesimus ja kennengelernt hatte. Der war viel und oft im Gefängnis, weil er an Jesus glaubte. Und wer weiß, vielleicht sind andere noch viel, viel mehr Ideen gekommen. Vielleicht haben sie noch viel weiter gestöbert und noch viel mehr gefunden. Ich wollte mir mit euch heute mal kurz den Josef anschauen, denn ich finde ziemlich toll, was der Josef in seiner Zeit, als er gefangen war, so gemacht hat. Hier habt ihr erstmal einen Anfang, es wird ein großes, ein bisschen zum Stöbern, wie der Josef seine Kindheit verbracht hatte. Und vielleicht sogar aus dem Religionsunterricht oder aus einer anderen Christenlehrerstunde wisst ihr ja, dass es der Josef schwierig hatte mit seinen vielen großen Brüdern, dass die ganz schön neidisch waren und eifersüchtig und dass sie ihn letztendlich ja in einen Brunnen geworfen hatten. Und dann musste der Josef verkauft werden. Das war noch die gute Lösung, weil die anderen Brüder wollten ihn eigentlich umbringen. Und einer hatte die Idee, kommt, wir bringen ihn mal nicht um, das lassen wir mal lieber. Wir verkaufen ihn an die Händler, die gerade vorbeiziehen. Und so kam Josef als Sklave in das Land Ägypten. Und wisst ihr, was ich an dem Josef richtig toll finde? Der war dort ein Gefangener, aber der saß nicht einfach in der Ecke und hat gejammert. Oh wei, oh wei, oh wei, ich bin gefangen, ich bin gefangen. Ich kann nichts mehr machen. Sondern der hat sich nützlich gemacht. Der hat sich eingebracht. Der hat dann sogar einen höheren Posten bekommen, wo er anderen Gefangenen gedient hat. Wo er mit dem Aufseher zusammengearbeitet hat. Und deswegen ist er dem Potiphar aufgefallen. Wo er dachte, Mann, das ist ja ein ganz besonderer Sklave. Der ist nicht so hoffnungslos. Der macht was aus dieser schlimmen Situation. Den möchte ich mir genauer anschauen. Und so kam es, dass der Potiphar den Josef in seinem Haus dienen ließ. Der Josef war also nach einer gewissen Zeit, das war sicherlich auch nicht nur zwei, drei Tage, sondern bestimmt Monate oder Jahre, war er dann nicht mehr in dem schmutzigen Gefängnis, sondern er war plötzlich im Hause des Potiphar, der ein reicher, angesehener Herr war. Und dort durfte er dienen. Der hat die Sachen eines Haushalters gemacht und war in einer sehr, sehr schönen Umgebung. Aber er war trotzdem kein freier Mann. Aber Josef hat wieder sein Bestes gegeben. Er hat die Dinge, die ihm anvertraut waren, mit Freude gemacht, mit einer Treue gemacht. Er hat wirklich gearbeitet. Ihr wisst vielleicht, dass der Josef dann durch eine Lüge von Potiphar's Frau wieder dort richtig im Gefängnis war. Und dass er quasi wieder von vorn angefangen hat. Aber im Gefängnis fiel auf irgendwann, dass der Josef Träume deuten konnte. Und Josef hat immer gesagt, das kann nicht ich, das macht Gott. Und ich frage Gott. Ich lebe mit Gott. Und was ich von ihm höre, das sage ich weiter. Und als irgendwann der Pharao sehr schlimme Träume hatte, hat man sich an den Josef erinnert und ihn vor den Pharao gebracht. Wie ihr wisst, konnte Josef die Träume deuten. Er hat durch Gott voraussagen können, dass es sieben Jahre geben wird, in denen es in Hülle und Fülle alles Mögliche gibt, was auf den Feldern wächst. Und danach sieben Jahre, wo eine Dürre sein wird. Eine Zeit, wo es karg zugeht, wo es nicht reichen wird, dass alle gut versorgt sind. Und weil der Josef das gesehen hat, hat der Pharao ihn über seine Verwaltung herrschen lassen. Also der Josef war jetzt der zweithöchste Mann in diesem ganzen Reich. Er ist fast ganz nach oben gekommen, weil er auch engagiert war, weil er auf Gott gehört hat und weil er was gemacht hat. Er hat dann alles verwaltet, er hat das sehr, sehr gut gemacht mit einer Klugheit, die ihm Gott geschenkt hat und konnte somit das Land Ägypten, in dem er war, und später auch seine Familie, die dort nämlich Korn eingekauft hat, auch versorgen. Und alles nahm ein gutes Ende. Und wisst ihr, warum mir diese Geschichte so besonders gefällt? Warum ich mir die ausgewählt habe aus all den anderen Geschichten, die es da noch gibt? Weil ich es toll finde, dass der Josef nicht verzweifelt ist. Und ich finde, unsere jetzige Zeit ist schon nicht einfach. Sie ist teilweise auch schwer. Wir sind es nicht gewöhnt, nicht überall dahin zu dürfen, wo wir wollen. Wir wollen gerne Ostern feiern, eigentlich mit unseren Familien. Wir wollen auf dem Spielplatz. Wir wären vielleicht in Urlaub gefahren mit unseren Familien. Wir würden zumindest mal in die Sächsische Schweiz wandern gehen. Nur so was Kleines und eine Rattour machen oder auf der Elbe fahren mit dem Dampfer. Und all das geht nicht. Nicht mal ins Kino gehen. Und der Josef ist nicht verzweifelt. Und da fragen sich manche Menschen damals schon, was ist denn da los? Was hat er denn für ein Geheimnis? Und das Geheimnis ist gar kein wirkliches Geheimnis, aber so ein bisschen. Der Josef hatte das Geheimnis, dass er mit Gott zusammen das erlebt und durchgestanden hat. Der Josef hat mit Gott gesprochen. Er hat ihm gesagt, was ihm auf dem Herzen liegt. Und das hat ihn nicht niedergeschlagen sein lassen. Der Josef hat immer was gefunden, wo er sich einbringen kann, wo er sich nützlich machen kann, wo er mit geholfen hat. Und schon war sein Tag nicht so langweilig und eintönig. Und ich will euch jetzt nicht dazu überreden, dass ihr zu Hause der Mutti sagt, oh, ich mache den ganzen Haushalt. Ich wasche auf, ich bringe den Müll weg, ich räume die Spülmaschine aus und sonst was alles. Wir renovieren. Das muss alles gar nicht sein. Aber es gibt ganz viele Dinge, wo man sich nützlich machen kann und was man machen kann, damit einem nicht langweilig ist. Muss ja nicht nur der Fernseher oder das Handy oder was sein. Euch fallen bestimmt viele Sachen ein und natürlich dürft ihr auch gern mithelfen. Eure Eltern freuen sich ganz bestimmt drüber. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und zu was ich euch noch Mut machen möchte. Betet. Redet mit Gott. Redet mit Jesus. Ihr wisst von mir, dass man überall beten kann. In jeder Körperhaltung. Immer, wo ihr seid, könnt ihr mit Gott reden. Dazu möchte ich euch einfach Mut machen. Vielleicht habt ihr Lust, wenn ihr ein bisschen mehr Zeit habt und vielleicht fast Langeweile, dass ihr euch zwei kleine Schachteln bastelt. Einfach zwei kleine Schachteln, wo ihr kleine Zettel reinlegt. In die einen Schachtel Dinge, die euch schwerfallen, die euch traurig machen. Wie in unserer Feder-Stein-Runde, der Stein. Und in die andere Schachtel könnt ihr die Dinge schreiben, die euch fröhlich machen. Die euch gefallen, auf die ihr euch freut. Vielleicht mögt ihr das jeden Abend machen. Und dann könnt ihr vielleicht nächstes Wochenende zu Ostern mal reinschauen und gucken. Mensch, was war denn mehr? Und was hat mich denn alles fröhlich gemacht, obwohl mich vielleicht das und das traurig gemacht hat? Oder ihr könnt es als Gebet aufschreiben. Wo ihr sagt, Mensch, Jesus, mich macht das traurig. Mir ist langweilig. Ich kann meinen liebsten Freund nicht sehen. Wir wollten Buden bauen. Wir wollten auf Bäume klettern. Oder ihr könnt ihm schreiben. Oh, Jesus, ich freue mich, dass der Papa jetzt so viel zu Hause ist. Wir haben Zeit, zusammen Mittag zu essen. Und der hat sogar mal Zeit für ein Spiel. Sonst muss er immer so viel auf Arbeit sein. Ich mache euch Mut. Sammelt es mal für euch. Schreibt es mal auf. Und dann schaut rein und seid gespannt, was jeder Tag so gebracht hat. Und lasst euch Mut machen, dass ihr einfach nicht niedergeschlagen werdet, sondern die Zeit einfach gut nutzt, die ihr zu Hause habt. Könnt zum Beispiel auch Ostergeschenke basteln. Vielleicht mal welche, die ein bisschen mehr Zeit kosten, die ihr vielleicht die anderen Jahre nicht geschafft habt, weil ihr zu viele Hausaufgaben hattet und zu lange in der Schule wart. Ich glaube, euch fallen noch viel mehr Dinge ein. Viel Spaß dabei. Tschüss. 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 Tschüss.